hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde von world of warcraft ich bin hier im pvp bei dem tempel von katmogu was man da jetzt noch mal genau machen muss weiß ich nicht mehr schon lange nicht mehr die runde gespielt ich glaube sowieso erst zwei dreimal da war irgendwas mit hier oben die flaggen einnehmen und irgendwas so eine kleine arena ist dann damit naja schauen wir mal auf jeden fall den gegner umhauen so gehen wir mal aufs reitier habe ich den schon genommen ich glaube schon kann man hier mit reinziehen machen wir da hin ja und dann geht es gleich los 40 sekunden noch mal betrachten was du so schön ist anhat keine pvp sachen alles nur vom quest kann man was hat der hier hier also auch keine disziplin priester war es so so jetzt so hier die daher hat man muss die behalten umso länger man die behält umso mehr punkte kriegt man hier oben nicht der oder oder das wo yeah ein erfolg so und schauen mal wo die anderen sind da sind turnwäldchen rum kurz stumm machen ich will das internet oder das internet leckt ja so ein ist das kann doch nicht wahr sein, der wäre beinahe tot gewesen nur einmal schnell hier hinterlaufen das ist nun ein Eisfall unsere ist verlor schon wieder ein Wecken gewesen das ist ja schlimm ich glaube ich muss mal bei Unity Media anrufen das geht ja nicht, das geht nicht vor allem nicht im PVP am Quest wäre es ja eigentlich ein bisschen egal na, beleg mich, beleg mich so, schnell auf Reiter, los da leckt es schon wieder nur am Lecken der Computer wo das Internet besser ist so ich komme nicht rüber heul jetzt aber Attacke, wo sind die wo sind die alle wo sind sie wo sind sie wo sind die alle da hinten sind sie da hinten sind sie da hinten sind sie ich glaube nicht, dass ich das überlebe aber auch gar ich schieße mir doch schon zu dritt auf da war aber witzig so habe ich wenigstens ein bisschen gehindert dass sie irgendein so ein Symbol von uns so eine Flagge von uns kriegen was ist denn da ich habe Level Up gekriegt ok, im PVP sehe ich das nicht aber da, da 74 jetzt kann ich mir neuen Titel nehmen ich habe ja so viele oh, weiter gehts da 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 violette Kuh zurück ok wo ist die? die ist dahinten da haben schon die alles wieder oh, die kämpfen da da das überlebt aber nicht wüsste ich doch soo mein Jäger da naja, ich stehe hinter dir muss mich wieder drehen dann nehmen wir mal den Hexer hier verstummen ach, welches ist das der nächste ach oh wenn ich auch schreien dann nehmen wir mal den Hexer hier jetzt stehen bleiben wie auch kaputt und der nächste wer hat mich von gekippt aber jetzt sehe ich ach das ist nur ein Schurke von hinten kann doch nicht wahr sein jetzt bin ich auch noch gestunt kopfnuss soo da ist der Schurke weg ist auch kaputt guck mal guck mal Mist ich wollte ihn grad umarmen oh jetzt werde ich mal ein bisschen stärker berferker soo wo seid ihr da? na super ein ansturm und gewonnen ja dann herzlichen Dank fürs Zuschauen ich hoffe euch hat die Runde gefallen ich bin nicht mehr der vorletzte sondern jetzt der drittletzte ich habe mich gebessert na gut vielleicht werde ich ja irgendwann mal wieder erster aber das wird bestimmt noch lange dauern ah nicht boah das war knapp na gut ok danke und bis zum nächsten Mal das war mein Troide wollte ich schon wieder Tauere sagen äh äh Dudu Troll genau und ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei auf Wiedersehen bye bye